Danke dir Norbert und das ist auch mein Aufruf hier, also wenn ihr wisst, dass einer wegen so einem Nichtstrafvergehen vor Gericht muss, bitte unterstützt die Menschen, wir wollen versuchen in den nächsten Wochen und Monaten das auch ein bisschen mehr publik zu machen, dass wir gemeinsam für die Aktivisten eintreten, dass keiner allein zum Gericht muss und wir werden auch die Gerichtstermine mehr bekannt machen, dass dann auch genügend Menschen da sind und wir haben es gesehen beim Arne Schmidt, habt ihr es gesehen? Natürlich, ja, Arne Schmidt hat es geschafft, juhu, das hat gestern, glaube ich, so ganz viele Leute gefreut, den Arne am meisten, legendär, wie er mal auf seinen Klavier geklettert ist und es ist, glaube ich, immer noch beschlagnahmt. Wir hoffen natürlich sehr, dass Arne am 1.8. spielen kann. Oh ja, gell? Also bitte, wenn Aufrufe, wenn ihr hört, ein Freund hat und Verfahren, oh wie macht es publik, bringt andere Leute mit, dass wir diejenigen auch unterstützen können und wir haben auch gemerkt, wenn dann Aufrufe da waren, seitens Presse, kommt alle, dann werden diese Fälle ganz schnell verschoben. Ja, kaum haben wir die Leute mobilisiert und wir wissen, 100 Leute wären jetzt da, wird der Termin aus nicht gerechtfertigten Gründen einfach verschoben. Also beim nächsten Mal probieren wir das wieder und hattet euch da bereit. Ich habe jetzt da die Karte schon am Start, die ich übergebe dir, weil ich habe noch diesen Sachverständigen, aber bring du mal noch da eins, das lockert das Ganze auf. Hallo Freunde der Demokratie. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Ach, wie schön es damals war, als das Grundgesetz noch war. Ach, wie schön es damals war, als der Wähler dem Politiker noch etwas wert war und der Richter, da oben, der da, hallo Herr Habert, mit dem Rechte noch eins war. Ach, wie schön es damals war, als der Lehrer seinen Schüler noch mit Fürsorge ansah, als der Kunde seinem Verkäufer noch der König war. Ach, wie schön es damals war, als der Schutzmann fing den Räuber und nicht schlug den rechten Mann und noch jeder seinen Kopf zum Denken nahm. Diese Zeit, sie war eine Gute und wir nannten sie Demokratie. Und die wünschen uns wieder herbei, Kassi, wirklich. Und wir wollen in jedem Wahlkreis einen soliden Politiker haben, der uns vertritt und er soll ausgezeichnet sein durch seine Herzlichkeit, durch seine Klugheit, durch seinen Sachverstand. Und ich weiß, in Neu-Ulm war auch gestern eine Veranstaltung mit Daniel Langhans. Er hat sich auch als Direktkandidat ausstellen lassen und ich kann sagen, so einen Kandidaten kann ich mir echt nur wünschen und vorstellen, die hätte ich lieb.